Platon Sämtliche Dialoge Gelesen von Volker Braumann Teil 1 Apologie, Kriton und Phaidon Hier folgt nun Phaidon Die im Dialog auftretenden Personen sind erstens in Einleitung und Zwischengespräch Echekrates und Phaidon Zweitens im erzählten Gespräch Apollodorus, Sokrates, Kebes, Simias, Kriton, Xantippe sowie der Türhüter und der Diener der Elfmänner Der Dialog beginnt mit Echekrates Warst du selbst Phaidon beim Sokrates an jenem Tage, wo er im Kerker den Giftbecher trank, oder hast du dir von einem anderen davon berichten lassen? Nein, nein, ich war selbst dabei, Echekrates Was war es denn, wovon er vor seinem Tode sprach, und wie endete er? Wie gern möchte ich das hören, denn von meinen phliasischen Mitbürgern weilt jetzt überhaupt keiner in Athen Und auch von dort ist seit längerer Zeit kein Gast bei uns erschienen, der imstande wäre, uns einen genauen Bericht über diese Vorgänge zu erstatten Abgesehen von der Tatsache, dass er den Giftbecher trank und starb Mehr bekamen wir hier nicht zu hören Also auch über den Verlauf des Prozesses habt ihr nichts gehört? Doch, doch, das hat uns einer berichtet, und wir wunderten uns, dass das Todesurteil offenbar erst geraume Zeit nach Beendigung desselben vollzogen wurde Wie erklärt sich das Phaidon? Ein Zufall, Echekrates fügte es so Es traf sich nämlich, dass am Tage vor dem Prozess das Heck des Schiffes, das die Athener nach Delos senden, mit Lorbeer begrenzt worden war Aha, was hat es denn damit auf sich? Das ist zufolge athenischer Überlieferung das Schiff, in dem Theseus einst die sieben Opferpaare nach Kreta brachte Und glücklich mit ihnen wieder heimkehrte Damals hatten die Athener für den Fall, dass die Opfer gerettet würden Dem Apollo gelobt, jedes Jahr eine Festgesandtschaft nach Delos zu schicken In der ganzen Zeit nun von Beginn der Festgesandtschaft ab Muss dem Brauche zufolge die Stadt von Befleckung frei bleiben Und es darf keine Hinrichtung von Staatswegen erfolgen, ehe nicht das Schiff nach Delos gelangt und wieder heimgekehrt ist Darüber aber vergeht manchmal viel Zeit Wenn zufällig widrige Winde das Schiff aufhalten Als Anfang der Festgesandtschaft aber gilt der Zeitpunkt, wo der Priester des Apollon das Heck des Schiffes geschmückt hat Das aber war, wie gesagt, gerade am Tage vor dem Prozess geschehen Daher hatte denn Sokrates reichlich Zeit in dem Gefängnis zwischen dem Prozess und dem Tode Ah ja, wie ging es aber nun bei seinem Tode selbst zufeigern? Was wurde dabei gesprochen und getan? Und wer von seinen Freunden war bei ihm? Oder gestattete die Behörde niemandem Zutritt zu ihm? Musste er also abgeschieden von seinen Freunden sterben? Nein, nein, durchaus nicht Es waren sogar recht viele Freunde bei ihm Das alles musst du uns nun bitte recht genau mitteilen, wenn du nicht etwa eine Abhaltung hast Nein, ich habe Zeit und will versuchen, euch eingehendem Bericht zu geben Denn ich kenne keine größere Freude als des Sokrates zu gedenken Sei es als Erzähler oder auch als Zuhörer Auch mit deinen Zuhörern, Phaidon, steht es nicht anders Versuche denn alles so genau wie nur immer möglich zu berichten Was bei diesem Zusammensein in meinem Inneren vorging Das grenzte fast ans Wunderbare Einerseits überkam mich keine wehmütige Stimmung Wie es doch angesichts des Todes eines mir so nahestehenden Mannes zu erwarten gewesen wäre Denn er machte auf mich, Echekrates, nach seinem Wesen und seinen Reden den Eindruck höchster Zufriedenheit So furchtlos und voll edler Zuversicht ging er in den Tod Kein Wunder also, wenn sich mir die Überzeugung aufdrängte Dass wir nicht ohne gnädige göttliche Fügung die Wanderung nach dem Hades antreten Und dass, wenn überhaupt einem, dann ihm nach seiner Ankunft dort eine glückliche Zukunft bevorstände Eben deshalb überkam mich durchaus keine wehmütige Stimmung Wie es doch angesichts seiner schmerzlichen Lage natürlich gewesen wäre Andererseits aber konnte ich auch nicht froh werden Wie sonst bei der gewohnten philosophischen Unterhaltung Denn auf diesem Gebiet bewegte sich unser Gespräch Kurz, es war eine völlig unbegreifliche Stimmung, in der ich mich befand Eine ungewohnte Mischung Zusammengesetzt aus Freude und Leid Letzteres in dem Gedanken an seinen unmittelbar bevorstehenden Tod Und mit allen uns Anwesenden war es so bestellt Bald lachten wir, manchmal aber weinten wir wieder Einer von uns aber war ganz besonders ergriffen Apollodorus Na, du kennst ja den Mann und seine Art Gewiß Er also war ganz außer sich Aber auch ich war tief erschüttert Ebenso wie die anderen Wer waren denn, mein Phaedon, die Anwesenden? Nun, von Einheimischen war der genannte Apollodor da Und Kritobulus und sein Vater Ferner Hämogenes und Epigenes und Eschines Und Antisthenes Auch Tesipos aus Peania und Menixenus und einige andere Landsleute Und Platon aber war, soviel ich weiß, krank Waren auch Fremde da? Ja, Simias und Kebes Und Phaedonides aus Theben Und aus Megara, Eukleides und Terpsion Wie? Waren nicht auch Aristip und Cleombrotos da? Nein, es hieß, sie seien in Negina War sonst noch jemand da? Ich glaube, es sind alle genannt So lass dann nun also dem Bericht folgen Über die Gespräche, welche geführt wurden Ich will versuchen, dir alles von Anfang an zu berichten Wir alle hatten uns schon die vorhergehenden Tage Regelmäßig bei Sokrates eingefunden Indem wir uns in der Frühe im Gerichtshaus versammelten Wo der Prozess stattgefunden hatte Denn es lag dem Gefängnis ganz nahe Wir warteten nun jedes Mal Uns miteinander unterhaltend Bis das Gefängnis geöffnet ward Was nicht frühzeitig geschah Sobald es aber geöffnet wurde Traten wir ein zum Sokrates Und weilten meistens den ganzen Tag bei ihm Und an jenem Tage versammelten wir uns noch früher Denn an dem vorausgehenden Tage Erfuhren wir das abends Auf dem Heimwege aus dem Gefängnis Dass das Schiff aus Delos angekommen sei Wir verabredeten also untereinander Und so früh als möglich An der gewohnten Stelle einzufinden Als wir kamen trat der Pförtner heraus Der gewöhnlich öffnete Und hieß uns warten und nicht früher eintreten Als bis er selbst uns das Zeichen dazu gäbe Denn die elf Männer, sagte er Lösen dem Sokrates die Fesseln ab Und verkünden ihm den Befehl Dass er an diesem Tage sterben müsse Nach Verlauf einer kurzen Zeit Erschien er denn und forderte uns auf einzutreten Als wir nun eintraten Fanden wir den Sokrates seiner Fesseln Eben entledigt Neben ihm aber saß Xantippe Mit dem kleinen Kind auf dem Arm Du kennst sie ja Als sie uns erblickte Brach sie laut aufschreiend in Klagen aus Wie wir sie an Weibern ja gewohnt sind Ach Sokrates, zum letzten Mal Werden nun deine Freunde mit dir sprechen Und du mit ihnen, sagte sie Da sagte Sokrates zum Kreton sich wendend Kreton, sorge dafür, dass man sie nach Hause bringe So ward sie dann von einigen Leuten Des Kreton abgeführt Schreiend und sich die Brust schlagend Sokrates aber setzte sich wieder auf das Bett Bog das Bein ein Rieb es mit der Hand und sagte beim Reiben Wie seltsam, meine Freunde Scheint es sich doch mit dem zu verhalten Was die Leute Lust nennen In besonderbarem Verhältnis Steht sie zu dem Was man als ihr Gegenteil ansieht Zu der Unlust Zusammen mögen sie nicht Beide zum Menschen kommen Wenn man aber dem einen nachjagt Und es ergreift So kann man kaum anders Als auch das andere mit zu ergreifen Es sind gleichsam zwei verschiedene Wesen Aber mit gemeinsamen Scheitelpunkt Hätte Ersob sein Augenmerk darauf gerichtet So hätte er vermutlich Eine Fabel daraus gemacht Gott wollte die beiden Feinde Miteinander versöhnen Und als ihm das nicht gelang Band er die beiden Enden zusammen Darum muß Wenn man das eine bekommt Nachher auch das andere mit dabei sein So scheint es denn auch bei mir zu sein Erst war infolge der Fesselung der Schmerz in dem Beine Und nun scheint sich als Folge das Angenehme einzustellen Ja Und da ergriff Kibis das Wort und sagte Ich bin dir beim Zeus sehr dankbar für diese Bemerkung Denn sie weckte mir eine Erinnerung Hinsichtlich deiner Gedichte nämlich Es sind dies aber die in Verse umgesetzten Fabeln des Esop Und der Hymnus auf Apollon Haben mich schon manch andere Und kürzlich erst Eugenus gefragt Wie du eigentlich dazu gekommen seist Seit Beginn deines Aufenthaltes im Gefängnis Dieser dichterischen Tätigkeit dich hinzugeben Die dir doch früher völlig fern gelegen hat Wenn du also Wert darauf legst Dass ich dem Eugenus eine Antwort erteilen kann Wenn er mich wieder fragt Was er gewiss tun wird So lass mich hören, was ich ihm sagen soll Gut denn, mein Kibis Die Wahrheit sollst du ihm sagen Nicht in der Absicht mit ihm und mit seinen Gedichten In Wettbewerb zu treten machte ich meine Gedichte Denn ich wußte, dass es keine leichte Sache sei Sondern um über die Bedeutung gewisser Träume ins Klare zu kommen Und mich vor Versündigung zu hüten für den Fall Dass sie mich etwa zu dieser Art musischer Tätigkeit aufforderten Mit diesen Träumen hatte es nämlich ungefähr folgende Bewandtnis Oftmals suchte mich in meinem vergangenen Leben Der nämliche Traumheim Bald in dieser, bald in jener besonderen Gestalt Immer aber mit der gleichen Mahnung Sokrates Übe und treibe die musische Tätigkeit Ich war in früheren Zeiten wohl des Glaubens Dass er mich eben zu dem ermahne und aufmuntere Was ich tatsächlich trieb Es schien mir mit dem Traum ähnlich zu stehen wie mit Rufern Welche bereits im Wettlauf Begriffene anfeuern Er schien mich also zu ermuntern zu dem, was ich bereits trieb Nämlich zum Dienste der Musen Denn die Philosophie war in meinen Augen der höchste Musendienst Und diese trieb ich ja eben Nun aber, nachdem meine Verurteilung stattgefunden hatte Und das Fest des Gottes meinen Tod hinausschob Hielt ich es doch für möglich Dass der Traum mir die Übung der Musenkunst In dem gewöhnlichen Sinne anbefühle Und so glaubte ich denn, diese treiben zu müssen Um nicht ungehorsam zu sein Denn es schien mir sicherer zu sein Nicht von hinnen zu gehen Ohne mich durch Ausübung der Dichtkunst Und Gehorsam gegen das Traumgebot Aller etwaigen Schuld zu entledigen So dichtete ich denn zunächst den Hymnus auf den Gott Dem das stattfindende Opfer festgalt Dann aber bedachte ich Dass ein Dichter, sofern er ein wirklicher Dichter sein will Erfundenes und Nicht-Wirkliches darstellen muss Da ich nun selbst kein Mythen-Erfinder war Setzte ich nach dem Hymnus auf den Gott Die ersten besten Fabeln des Äsop Die mir zur Hand und mir geläufig waren in Verse Dies also, mein Kebes, sage dem Eugenus Und grüße ihn Und wenn er vernünftig wäre Solle er mir so bald als möglich nachfolgen Mein Abgang aber Wird sich aller Voraussicht nach Noch heute vollziehen Denn so lautet das Gebot der Athener Da sagte sie, Mias Wie kannst du, mein Sokrates Eugenus, eine solche Aufforderung zusenden? Schon oft bin ich doch mit dem Manne zusammen gewesen Soweit ich ihn kenne Wird er sich bestens bedanken, dir aus freien Stücken zu folgen Wie? Ist Eugenus kein Philosoph? Doch, mir wenigstens scheint er es zu sein Also wird Eugenus es auch wollen Ebenso wie jeder, dem es ernstlich um die Philosophie zu tun ist Indes wird er sich keine Gewalt antun Denn das, sagt man, sei nicht erlaubt Und während er dies sprach Ließ er seine Beine herab auf dem Boden Und in dieser Haltung Führte er dann die weitere Unterredung Da fragte ihn Kebes Wie meinst du das, mein Sokrates Es soll nicht erlaubt sein, sich selbst Gewalt anzutun Und doch soll der Philosoph dem Sterbenden folgen wollen? Wie, mein Kebes Habt ihr nicht, du und Simias Über diese Dinge euren Lehrer Philolaus reden hören? Nur ziemlich unbestimmt, Sokrates Hm, aber auch ich kann nur vom Hörensagen darüber reden Was ich aber gehört habe, will ich euch rückhaltlos mitteilen Denn vielleicht ist einer, der im Begriff steht Nach jener Welt wegzuwandern Ganz besonders dazu berufenen Betrachtungen und Bildern darzulegen Welche Vorstellung wir uns von jener Welt zu machen haben Was sollte man auch Besseres tun können In der Zeit bis zum Sonnenuntergang? Mit welchem Rechte also, Sokrates, behauptet man, es sei nicht erlaubt, sich selbst zu töten? Denn ich habe das schon, worauf deine obige Frage ja auch hindeutete, auch vom Philolaus gehört, als er bei uns weilte Ebenso auch von manchen anderen, dass man dies nicht tun dürfe Eine einleuchtende Belehrung darüber habe ich aber noch von niemandem erhalten Nur nicht verzagt, Gebes Vielleicht erhältst du bald Aufschluss darüber Freilich wird es dir wohl wunderbar vorkommen, dass dieser Satz allein schlechtweg und Ausnahmslos gelten soll im Gegensatz zu allen anderen Bestimmungen Sollte denn auch hier nicht eine Ausnahme gelten? Nämlich, dass es zu weilen und für manche besser ist, tot zu sein, als zu leben? Was aber diejenigen anlangt, für die es besser ist, tot zu sein, so scheint es dir vielleicht wunderbar, dass es diesen Menschen nicht erlaubt sein soll, sich selbst die Wohltat zu erweisen, sondern, dass sie auf einen anderen Wohltäter warten sollen Mit einem Anflug von Lächeln sagte der Kebes Ja, weiß Gott Wobei er sich seiner heimischen Mundart bediente Sokrates aber sagte Ja, auf den ersten Blick mag es wohl schwer begreiflich scheinen Gleichwohl liegt vielleicht doch etwas Richtiges zugrunde Was nun in den Geheimlehren darüber gesagt wird Nämlich, dass wir Menschen in einer Art Kerker leben Aus dem wir uns nicht selbst befreien und entweichen dürfen Er scheint mir bedeutungsschwer und nicht leicht zu erklären Dagegen scheint mir, mein Kebes, das Wort wohlgesprochen, dass die Götter uns in ihrer Obhut haben Und dass wir, die Menschen, einen Teil ihres Eigentums ausmachen Oder denkst du anders darüber? Durchaus nicht Also, auch du würdest, wenn einer deiner Sklaven sich selbst tötete, ohne eine Andeutung deinerseits, dass du seine Tod wünschst, über ihn ungehalten sein Und ihn strafen, wenn es dir möglich wäre Gewiß So betrachtet ist es vielleicht doch nicht so widersinnig, dass man sich selbst nicht eher umbringen dürfe, als bis die Gottheit die Notwendigkeit über uns verhängt Wie es jetzt bei mir der Fall ist Nun ja, das lässt sich hören Aber was du kurz vorher behauptetest Nämlich, dass die Philosophen gern sterben wollen Das nimmt sich doch, mein Sokrates, ganz unglaublich aus, wenn wir mit unserer jetzigen Behauptung recht haben, dass die Gottheit uns in ihrer Obhut hält Denn, dass die an Verstand hervorragendsten sich nicht sträuben sollten, aus dieser Obhut zu entweichen, in der sie zu Hütern die denkbar besten Hüter der Welt, die Götter haben, scheint doch ganz unbegreiflich Denn ein solcher glaubt doch nicht etwa nach erlangter Freiheit, selbst besser für sich sorgen zu können Nur ein unvernünftiger Mensch könnte vielleicht dieses Glaubens sein, dass man dem Herrn entfliehen müsse, ohne sich darüber klar zu werden, dass man wenigstens einem gütigen Herrn nicht entfliehen darf, sondern ihm treu bleiben muss Die Flucht würde also ganz unüberlegt sein Dagegen würde der Vernünftige danach streben, immer da bei dem zu sein, der besser ist als er selbst Damit kommen wir aber, Sokrates, auf das gerade Gegenteil von dem, was vorher behauptet wurde Die Vernünftigen müssen ungern sterben, die Unvernünftigen aber gern Als Sokrates das vernommen, so schien es mir, als freue er sich über die scharfsinnige Ausführung des Kebes Und dem Blick auf uns gerichtet, sagte er Immer spürt doch Kebes irgendwelche Einwände auf Und es bedarf immer einige Zeit, um ihn von dem, was man sagt, zu überzeugen Da sagte Simias Aber mein Sokrates Diesmal will es auch mir scheinen, als hätte Kebes mit seinem Einwand recht Welche Absicht nämlich sollte denn wahrhaft weise Männer bestimmen, Herren, die besser sind als sie selbst, zu meiden Und sich gern von ihnen zu entfernen Denn mir scheint Kebes mit seiner Rede auf dich zu zielen Nämlich, dass du es so leichter mitnimmst, uns und die Götter, die gütigen Herrscher, wie du sie ja selbst nennst, zu verlassen Ihr habt recht Denn ich glaube, ihr wollt damit sagen, ich müsste mich dagegen verteidigen, wie vor einem Gerichtshof Ja, gewiß Gut denn, ich will versuchen, mich für euch überzeugender zu verteidigen, als vor meinen Richtern Ja, mein Simias und mein Kebes Wenn ich nicht glaubte, erstlich zu anderen Weisen und guten Göttern zu kommen So dann auch zu Menschen, die vor dem gestorben sind Besseren als die, welche hier weilen Würde ich mit Unrecht gern in den Tod gehen Tatsächlich aber hoffe ich Das könnte mir glauben Zu guten Menschen zu gelangen Und kann ich dafür auch nicht mit völliger Sicherheit einstehen So doch dafür, dass ich zu Göttern als Herren, deren Güte über allen Zweifel erhaben ist, gelangen werde Das, glaubt mir, steht so fest wie irgendetwas von dieser Art Aus diesen Gründen denke ich denn freundlicher über den Tod als die meisten Und lebe der frohen Hoffnung Dass den Toten Irgendein Sein beschieden ist Und zwar Ganz im Sinne des alten Volksglaubens Den Guten nämlich Ein viel besseres als den Bösen Wie nun, mein Sokrates Willst du diese deine Überzeugung Nur für dich selbst behalten, wenn du nun scheidest Oder möchtest du sie nicht Auch auf uns übertragen Denn mich will bedünken, dass auch uns Anteil an diesem Gut gebühre Und zugleich ist es eine Rechtfertigung für dich Wenn du uns von der Wahrheit deiner Ansicht überzeugst So will ich es denn versuchen Zuvor aber wollen wir uns darüber klar werden Was denn eigentlich unser Kriton Mir längst schon sagen zu wollen scheint Was, mein Sokrates, anderes Als dass der Mann, der dir den Giftbecher überreichen soll Mir schon wer weiß, wie lange anliegt, dir zu sagen Du möchtest so wenig wie möglich reden Denn er behauptet Dass das Reden mit anderen das Blut heiß mache Und davor müsste man sich hüten Angesichts des Giftbechers Wenn nicht, dann müssten die, die in diesen Fehler verfielen Zwei, ja, dreimal zum Becher greifen Hör nicht auf ihn Kümmere er sich nur um sein Geschäft Und reiche er mir den Becher auch zweimal Ja, wenn es nötig ist, sogar dreimal Das sagte ich mir ja auch ungefähr selber Aber er lässt nicht locker Genug von ihm Aber euch als meinen Richtern Will ich nun den Schuldigen Nachweis liefern Dass mir ein Mann, dessen Lebensbeschäftigung In Wahrheit die Philosophie gewesen ist Wenn er nun in den Tod gehen soll Mit vollem Recht guten Mutes zu sein Und der frohen Hoffnung zu leben scheint Er werde nach seinem Tod in jener Welt Der größten Güter teilhaftig werden Inwiefern sich das so verhält Das will ich euch, mein Siemias und mein Kebes Darzulegen versuchen Alle, die sich in rechter Weise Mit Philosophie befassen Haben es im Grunde auf nichts anderes abgesehen Als darauf, zu sterben und tot zu sein Aber den übrigen Menschen bleibt das verborgen Ist dieses nun wahr So wäre es doch offenbar widersinnig Sein Leben lang nach nichts anderem zu streben Als eben hier nach Wenn es dann aber wirklich eintritt Sich zu sträuben gegen das Was man immer erstrebte und betrieb Da lachte siemias und sagte Bei Gott, mein Sokratas Es war mir eben nicht wie Lachen zumute Aber du hast mich doch zum Lachen gebracht Denn wenn die große Menge dies hört Wird sie, glaube ich, der Meinung sein Diese Behauptung sei ganz außerordentlich Zutreffend auf die Philosophen Und vor allem werden unsere thebanischen Landsleute Dem beistimmen, dass die Philosophen In Wahrheit sich den Tod wünschen Und werden stolz darauf, sein Recht wohl zu wissen Dass sie nichts anderes verdienen als den Tod Und damit dürften sie auch Recht haben, mein Simias Abgesehen nur von dem Recht wohlwissen Denn sie wissen nicht, inwiefern die wahrhaften Philosophen Den Tod wünschen und ihn verdienen Und was für einen Tod Lass uns denn ohne Rücksicht auf jene Leute unser Gespräch führen Denken wir uns bei dem Worte Tod Etwas ganz Bestimmtes? Gewiss Also doch nichts anderes Als die Trennung der Seele von dem Körper? Und Tod sein Bedeute nichts anderes als dieses Dass der Körper ausschließlich für sich sei Befreit von der Seele Und die Seele rein für sich Befreit von dem Körper Nichts anderes als dieses ist doch wohl der Tod, hm? Nichts anderes Sieh also zu Ob du die folgenden Aufstellungen von mir gutheißen kannst Denn durch sie wird, glaube ich, der Gegenstand Und unsere Betrachtung größere Klarheit gewinnen Scheint es dir eines Philosophen würdig zu sein Sich mit den sogenannten Annehmlichkeiten des Lebens Wie Essen und Trinken Viel zu schaffen zu machen? Durchaus nicht Und weiter Etwa mit den Liebesgenössen? Nein Und wie steht es mit der übrigen Pflege des Leibes? Wird er großes Gewicht darauf legen? Glaubst du zum Beispiel Dass ihm an Erwerb kostbarer Kleider und Schuhe Und an dem sonstigen Zierrad Für den Körper viel oder wenig gelegen ist Soweit ihr Besitz nicht unbedingt nötig ist? Nur wenig wird ihm wohl daran gelegen sein Sofern er ein wahrer Philosoph ist Du glaubst also doch wohl Dass sein ganzes Tun und Treiben Sich nicht auf den Körper bezieht Sondern diesem so weit als möglich fern bleibt Und der Seele zugewandt ist Ja Und zeigt es sich also nicht zu förderst In dieser Beziehung Dass der Philosoph bemüht ist Seine Seele so viel wie möglich Von der Gemeinschaft mit dem Körper zu lösen Weit mehr als die anderen Menschen? Offenbar Und die meisten Menschen meinen ja wohl Mein Simias Dass für denjenigen Welcher dergleichen nicht vergnüglich findet Und nichts davon besitzt Das Leben überhaupt wertlos sei Und das Wer sich aus den körperlichen Vergnügungen nichts macht Dem Tod näher stehe als dem Leben Was du sagst ist durchaus zutreffend Wie steht es aber nun mit der Erwerbung der Vernunftserkenntnis? Ist der Körper hinderlich oder nicht Wenn man ihm beim Forschen nach ihr Mit zur Teilnahme heranzieht Ich meine zum Beispiel so Bieten Gesicht und Gehör den Menschen irgendwelche Wahrheit? Oder stoßen wir nicht auch Bei den Dichtern fortwährend auf Äußerungen wie die Dass wir etwas völlig Sicheres weder hören noch sehen? Sind aber diese Sinne nicht scharf und sicher Wie sollten es dann die anderen sein? Stehen doch alle hinter diesen zurück? Oder Denkst du anders darüber? Durchaus nicht Wann also wird die Seele der Wahrheit habhaft? Wenn sie mit Hilfe des Leibes etwas zu ergründen versucht So wird sie ja offenbar durch ihn irregeführt Sehr wahr Wird hier also nicht Wenn überhaupt irgendwo Im reinen Denken etwas von dem Was in Wahrheit ist offenbar? Ja Sie denkt aber dann am besten Wenn nichts Körperliches sie stört Weder Gehör noch Gesicht Noch ein Schmerzgefühl Noch auch ein Lustgefühl Sondern Wenn sie sich so viel wie möglich Auf sich selbst beschränkt Ohne Rücksicht auf den Körper Und möglichst ohne Gemeinschaft Und Berührung mit ihm Dem wirklich Seinden zustrebt So ist es Schätzt also nicht auch in dieser Beziehung Die Seele des Philosophen Den Leib möglichst gering Und sucht sich ihm zu entziehen Um ganz sich selbst anzugehören? Ja, so scheint es Wie steht es aber nun, mein Simias Mit folgendem Nehmen wir ein gerechtes an sich An oder nicht? Ja, das ist unsere feste Behauptung Beim Zeus Und ein schönes an sich Und ein gutes an sich? Sicherlich Hast du nun jemals Etwas dergleichen mit den Augen gesehen? Nein, nie Oder hast du durch irgendeine andere Sinneswahrnehmung es erfasst? Ich meine dies aber ganz allgemein Beziehe es also zum Beispiel auch auf Größe Gesundheit, Kraft Kurz Auf das eigentliche Wesen aller Dinge Wird denn durch den Körper das Was an alledem im eigentlichen Sinne wahr ist Ergründet? Oder verhält es sich nicht wie mehr so? Wird nicht der von uns Der wahren Erkenntnis Eines jeden Dinges am nächsten kommen Der es sich am strengsten Und schärfsten zur Aufgabe macht Durch reines Denken Das eigentliche Wesen Des betrachteten Gegenstandes Zu erforschen? Ganz gewiss Wird das nicht am unbestrittensten Auf denjenigen zutreffen Der am meisten mit dem bloßen Verstand An ein jedes herantritt? Ohne das Gesicht Zum Gehilfen des reinen Denkens zu machen? Oder irgendeine andere Sinneswahrnehmung Zur Begleiterin des überlegenen Verstandes zu machen? Der also mit ausschließlicher Verwendung Des reinen Denkvermögens Ein jegliches Seiende Rein für sich zu erfassen sucht Wirklichst unabhängig von Auge und Ohr Und überhaupt von allem Körperlichen Als einer störenden Beigabe Die durch ihre Einmischung die Seele Nicht in den Besitz der Wahrheit Und Vernunft Erkenntnis gelangen lässt Ist er es nicht, mein Simias Welcher das Seiende erfassen wird? Oder wer sonst? Das ist über allen Zweifel erhaben, mein Sokrates Also muss ich Als Ergebnis aus alledem Den echten Philosophen Notwendig die folgende Meidung aufdrängen Wie sie sie auch im Gespräch zueinander äußern Beim Betrachten mittels des reinen Denkens Scheint uns gewissermaßen die Todesgötten mit sich davon zu führen Denn solange wir mit dem Körper behaftet sind Und unsere Seele mit diesem Übel verwachsen ist Werden wir niemals in vollem Maße erreichen Wonach wir streben Es ist dies aber, wie wir behaupten, die Wahrheit Denn tausenderlei Unruhe verursacht uns der Körper Schon durch die notwendige Sorge für seine Ernährung Stellen sich aber außerdem noch Krankheiten ein So hindern sie uns in der Jagd nach dem Seienden Ferner erfüllt uns der Körper mit allerlei Liebesverlangen Mit Begierden und Ängsten Und allerhand Einbildungen und vielerlei Tand Kurz, er versetzt uns in einen Zustand In dem man sozusagen gar nicht recht zur Besinnung kommt Denn auch Kriege, Aufruhr und Schlachten Sind allein eine Folge des Körpers und seiner Begierden Denn um den Erwerb von Geld und Gut Handelt es sich bei der Entstehung aller Kriege Hab und Gut aber Sehen wir uns gezwungen zu erwerben um des Körpers Willen Dessen Ansprüche befriedigt sein wollen Aus allen diesen Gründen haben wir keine Muße zur Philosophie Das Schlimmste aber von allem ist, dass Wenn uns der Körper einmal Ruhe gönnt Und wir uns der wissenschaftlichen Betrachtung einer Sache zuwenden Er sich im Verlaufe dieser Untersuchungen Doch allenthalben wieder störend und verwirrend dazwischen drängt Und uns außer Fassung bringt Sodass wir durch ihn verhindert werden, die Wahrheit zu erkennen Es ist also für uns in der Tat eine ausgemachte Sache Dass, wenn wir jemals eine reine Erkenntnis erlangen wollen Wir uns von ihm freimachen und allein mit der Seele die Dinge an sich betrachten müssen Und nicht er, wie es scheint, wird uns das zuteil werden, wonach wir streben Und was der Gegenstand unserer Liebe ist Nämlich die Vernünftigkeit Als bis wir gestorben sind Das zeigt sich ganz klar Solange wir leben, aber nicht Denn wenn es unmöglich ist, in Gemeinschaft mit dem Körper Eine reine Erkenntnis zu erlangen So gibt es nur zwei Fälle Entweder ist es überhaupt unmöglich, ein Wissen zu erlangen Oder erst nach unserem Tode Denn dann wird die Seele ganz für sich sein Getrennt vom Körper Er aber nicht Und solange wir leben Werden wir, wie es scheint Dem Wissen dann am nächsten kommen Wenn wir uns so viel als möglich des Verkehrs mit dem Körper enthalten Und nur soweit es unbedingt nötig ist, mit ihm in Gemeinschaft treten Und uns von seiner Natur nicht durchdringen lassen Sondern uns rein von ihm halten Bis der Gott uns völlig erlösen wird Und so Rein und befreit von aller Unvernunft des Leibes Werden wir, wie zu erwarten Mit eben solchen zusammen sein Und durch unser Innerstes Selbst Alles, was in sich völlig klar und rein ist, erkennen Und das ist doch wohl die Wahrheit Denn wer selbst nicht rein ist Soll auch ausgeschlossen sein von der Berührung mit dem Reinen In solchen Reden und Urteilen, meint Sibias Müssen sich alle wahrhaften Weisheitsfreunde begegnen Denkst du auch so oder nicht? Durchaus Also, wenn dies wahr ist, lieber Freund So besteht gegründete Hoffnung Man werde, wenn man dahin gelangt, wohin ich jetzt aufbreche Dort, wenn überhaupt irgendwo sonst In reichem Maße dessen teilhaftig werden Um dessen Erwerb wir uns in dem vergangenen Leben So viel Mühe gegeben haben Es knüpft sich also an die mir jetzt anbefohlene Wanderung Frohe Hoffnung Auch für andere, die da glauben, nichts verabsäumt zu haben Um ihren Geist möglichst zu reinigen Ganz gewiss Als Reinigung aber Hat doch wohl das im Verlaufe des Gesprächs Schon so oft erwähnte Streben zu gelten Die Seele so viel wie möglich von dem Körper zu trennen Und sie zu gewöhnen, sich allerseits aus dem Körper In sich selbst zurückzuziehen und zu sammeln Und sich nach Möglichkeit sowohl in dem jetzigen Wie in dem zukünftigen Dasein Ganz auf sich selbst zu beschränken Sich loslösend vom Leibe wie aus Fesseln Ganz gewiss Wird nun diese Lösung und Trennung vom Körper Nicht tot genannt? Zweifellos Nach dieser Loslösung aber streben Wie wir behaupten Immer am meisten und allein die echten Philosophen Die ganze Arbeit der Philosophen Ist ja eben nichts anderes Als Lösung und Trennung der Seele vom Leibe Nicht wahr? Offenbar Wäre es also nicht Wie ich gleich zu Anfang sagte Lächerlich Wenn ein Mann Der Jahr aus Jahr ein Sein Leben so zu gestalten sucht Dass es dem Todsein möglichst nahe kommt Sich ungebärdig stellt Wenn der Tod wirklich an ihn herantritt Wäre es nicht lächerlich? Allerdings In Wahrheit also, mein Simias Gehen die echten Philosophen darauf aus Zu sterben Und der Tod Ist ihnen weniger schreckhaft Als irgendwelchen anderen Menschen Mach dir das folgendermaßen klar Wenn sie mit dem Körper durchaus in Feindschaft leben Und bestrebt sind Und bestrebt sind, es ausschließlich mit der Seele zu tun zu haben Wäre es da nicht ein völliger Widersinn Wenn sie sich Wo sich nun dieser Wunsch erfüllt Fürchteten und sträubten Und nicht vielmehr voll Freude Dahin wanderten Wo angelangt Wo angelangt Sie hoffen dürfen Das zu erlangen Wonach sie ihr Leben lang Verlangen trugen Es war dies Wir erinnern uns Die Vernunft Erkenntnis Dagegen von dem Zusammensein Mit dem befreit zu sein Mit dem sie in Feindschaft lebten Nach dem Tode Irdischer Lieblinge Oder Frauen Oder Söhne Haben viele aus freiem Entschluß Die Wanderung nach dem Hades angetreten Von der Hoffnung geleitet Dort die schmerzlich Vermissten zu sehen Und mit ihnen zusammen zu sein Dagegen sollte Wer in Wahrheit Die Vernunft Erkenntnis liebt Und genauso fest Wie jene von der Hoffnung Durchdrungen ist Er werde nirgends anders Wo ihrer In befriedigendem Maße Teilhaftig werden Als im Hades Sich sträubend zu sterben Und nicht freudig Dorthin aufbrechen Nein Das kann man nicht glauben Mein Bester Wenigstens nicht Von einem echten Philosophen Denn er wird des festen Glaubens sein Dass er nirgendwo anders Der reinen Vernunftserkenntnis Teilhaftig werden wird Als dort Verhält sich dies aber so So wäre es doch Wie gesagt Ein völliger Widersinn Wenn ein solcher Den Tod fürchtete Ja, beim Zeus Wenn du also Einen Mann siehst Der angesichts des Todes Sich ungebärdig stellt So ist das ein voller Beweis Dass er kein Philosoph Kein Weisheitsfreund Sondern ein Leibesfreund war Vielleicht war der Nämliche Auch noch der Habsucht Oder Ehrsucht verfallen Sei es einer von beidem Oder beiden zugleich Und damit hast du völlig recht Und kommt nun nicht Mein Simias Den wahren Philosophen Auch am meisten das zu Was man gemeinhin Tapferkeit nennt? Zweifellos Und was nun die Besonnene Auch von der großen Masse Sogenannte Mäßigung anlangt Nämlich Dass man sich nicht Von Begierden aufregen lässt Sondern sich gelassen Und sitzsam verhält Kommt sie nicht Diesen allein zu Die sich aus dem Körper So wenig wie möglich machen Und ganz der Philosophie leben? Notwendigerweise Denn wenn du Acht geben willst Auf die Tapferkeit Und Mäßigung der Anderen So wirst du Auf manchen Widersinn stoßen Inwiefern, Sokrates? Du weißt doch Dass alle anderen Den Tod unter die großen Übel rechnen Gewiss Ist es nicht also Die Furcht Vor noch größeren Übeln Die die Tapferin Unter ihnen Dem Tode entgegen gehen lässt Wenn sie ihm entgegen gehen? So ist es Dass sich fürchten also Und die Furcht Macht sie alle tapfer Außer den Philosophen Es ist aber doch Widersinnig Aus Furcht und Feigheit Tapfer zu sein Ganz gewiss Wie aber steht es Mit den Sitzsamen Unter ihnen? Nicht genau ebenso? Sind sie nicht Infolge einer Art Zügellosigkeit Maßvoll? Dies aber Behaupten wir Sei unmöglich Aber gleichwohl Ist das Was ihnen Bei dieser Einfältigen Mäßigkeit Begegnet Jenem Falle Ganz ähnlich Denn sie fürchten Anderer Annehmlichkeiten Verlustig zu gehen Nach denen sie doch Starkes Verlangen tragen Und darum Enthalten sie sich Der einen Weil sie von den anderen Beherrscht werden Und nicht von ihnen Lassen können Man nennt es aber Doch Zügellosigkeit Wenn man von den Lüsten beherrscht wird Gleichwohl Steht es bei ihnen so Dass sie Von Lüsten beherrscht Andere Lüste beherrschen Das aber Kommt etwa Auf das eben Gesagte hinaus Nämlich Dass sie im gewissen Sinne Aus Zügellosigkeit Besonnen sind So scheint es Mein trefflichster Simias Das ist doch schwerlich Der richtige Weg Zur Tugend Dies Tauschgeschäft Vermöge dessen Man Lust Gegen Lust Und Unlust Gegen Unlust Und Furcht Gegen Furcht Überhaupt Größeres Gegen Kleineres Eintauscht Wie bei Münzen Vielmehr ist Jene Münze Allein die Rechte Für die man Alles dies Eintauschen muss Nämlich die Vernunftserkenntnis Ihr gehört alles Und mit ihrer Hilfe Wird alles in Wahrheit Gekauft Und verkauft Sowohl Tapferkeit Wie Mäßigung Und Gerechtigkeit Überhaupt Alle Ware Auf Vernünftigkeit Gegründete Tugend Mögen nun Lüste Und Ängste Und alles sonstige Dieser Art Dabei im Spiel Sind oder nicht Werden sie aber Von der Vernunftserkenntnis Losgelöst Und nur gegeneinander Vertauscht So dürfte eine Tugend Herauskommen Die nur eine Art Schattenbild ist Und sklavische Sinnesart verrät Ohne Gesundheit Und Wahrheit Während doch in Wahrheit Die Tugend Eine Art Reinigung Von alledem ist Und die Mäßigung Und die Gerechtigkeit Und Tapferkeit Und die Vernunftserkenntnis Selbst Eine Art Heiliger Weihe ist Und erscheint Als ob die Stifter Unserer heiligen Weihen Keine verächtlichen Leute sein Und in Wahrheit Von Alters her Uns zu verstehen geben Dass Wer ungesühnt Und ungeweiht Den Hades betritt In den Höllenpfuhl Verwiesen wird Während der Geweihte Und Gesühnte Dort angelangt Seinen Wohnsitz Bei den Göttern erhält Denn es sind Wie die der Weihenkundigen sagen Der Tirsus-Träger viele Bei der Backre Nur wenige Diese Letzteren Aber sind meiner Meinung nach Keine anderen Als die wahrhaften Philosophen Ihnen beigezählt zu werden Habe ich mich im Leben Nach Kräften Ohn Unterlass Auf jede Weise bemüht Ob das in der rechten Weise Geschah Und ob ich etwas Erreicht habe Darüber werde ich Dort angelangt So Gott will Zu voller Klarheit kommen Und zwar sehr bald Wie ich glaube Hm Das also ist es Mein Simias Und mein Kebes Was ich zu meiner Rechtfertigung Zu sagen habe Hinsichtlich meiner Früheren Äußerung Dass es mir nicht Schwer wird Und mich nicht Unwillig macht Von euch und den Herren hiernien Scheiben zu müssen Überzeugt Dass ich auch dort Nicht weniger als hier Gute Gebiete Und Genossen finden werde Wenn es auch den meisten Unglaublich scheint Wenn ich also mit dieser Meiner Rechtfertigung Bei euch mehr ausrichte Als bei den Athenischen Richtern So wäre das ein Schöner Erfolg Als Sokrates Dieses gesprochen Ergriff Kebes Das Wort Und sagte Mit allem anderen Was du sagtest Scheinst du mir Recht zu haben Nur was die Seele Anlangt So wollen die Menschen Nicht glauben Dass sie Wenn sie sich Vom Körper getrennt hat Noch irgendwo sei Vielmehr vergehe Und verschwinde sie An dem Tage Wo der Mensch sterbe In dem Augenblick ihrer Entfernung Und ihres Austritts Aus dem Körper Verflüchtige sie sich Sich zerstreuend Wie ein Lufthauch Oder wie Rauch Und sei nichts mehr Und nirgend Ja Wenn sie noch Irgendein Dasein hätte Sich ganz in sich selbst Zurückziehend Und befreit Von jenen Übeln Die du vorhin Aufzähltest So bestände noch Reichliche und schöne Hoffnung Mein Sokrates Dass das wahr wäre Was du sagst Allein Es bedarf vielleicht Vieler Überredung Und vieler Beweismittel Um glaubhaft zu machen Dass der Seele Des verstorbenen Menschen Noch ein Sein zukomme Und dass ihr noch Lebens- und Denkkraft Innewohner Sehr wahr gesprochen Mein Kebes Aber was sollen wir denn Jetzt machen Sollen wir abbrechen Oder willst du Dass wir eben Über diesen Punkt Uns weiter unterhalten Ob es sich damit Wahrscheinlicherweise So oder nicht so Verhalte Nun Ich für meine Person Möchte gern hören Was du für eine Meinung Darüber hast Gut Da dürfte wohl niemand Der jetzt zugehört hat Und wäre er selbst Ein Komödiendichter Behaupten Ich sei ein Schwätzer Und er ginge mich In Reden Über unnütze Dinge Wünscht ihr es also So soll die Untersuchung Beginnen Über unnütze Dinge